. Und dann schaust du da hoch und beginnst an zu denken. . Ob das Kunst ist, ist schwierig zu beurteilen, aber es ist sicher eine interessante Aussage, die hier gemacht wird. Wenn es so lange schon dasteht, dass ich mich daran gewandt habe, dann ist es wie ein Teil meiner Stadt geworden. Das finde ich gut. Ich habe dann auch gefragt, was meine Mutter bedeutet. Und sie hat eben gesagt, das ist Kunst. . Das sagt mir einfach nicht überall. . 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